BR 2018 Hey, Puck, halt bitte still! Es ist doch unmöglich, dich zu malen, wenn du so rumzappelst. Danke schön, so ist es viel besser. Hey, Sie lachen doch nicht etwa über mein Bild, oder? Nein, nein, ich lache nicht über dein Bild. Das ist ein bezauberndes Haus. Oh, das ist aber wirklich schön. Oh, danke Elsie! Aber mein Bild wäre noch viel schöner, wenn Puck stillhalten würde. Dein Bild habe ich nicht gemeint, sondern das da. Wow! Das ist ein Regenbogen. Das Sonnenlicht besteht aus diesen Regenbogenfarben. Und wenn die Sonne auf der einen Hälfte des Himmels scheint und es auf der anderen regnet, dann scheint die Sonne auf die Regentropfen. Und wenn das passiert, dann wird das Licht auf all diese Farben zerlegt und... Und es entsteht ein Regenbogen. Der sieht aus, als wäre er so nah, dass man ihn anfassen kann. Früher hat man geglaubt, dass einem Regenbogen ein Zauber anhaftet. Aber man muss flink sein, denn ein Regenbogen verschwindet schnell wieder. Wenn man Glück hat und ihm folgt, bevor er verblasst, findet man am Ende des Regenbogens einen Topf Gold. Wie bitte? Einen Topf Gold? Na los, dann gehen wir ganz schnell zum Ende des Regenbogens. Ich glaube, das Ende des Regenbogens ist in eurem Garten. Sieh mal! Wir kommen dem Topf mit Gold immer näher. Er bewegt sich. Ich glaube, er ist in der Werkstatt. Wo ist er? Ich glaube nicht, dass wir den Regenbogen hier finden werden, Zeo. Aber wo denn dann, Opa? Na, vielleicht ist er immer noch... Sei ruhig, Puck. Komm da raus, Puck. Wir müssen dem Regenbogen folgen. Da! Sieh mal! Der Regenbogen endet ja in eurem Garten, Elzi. Oh! Ich glaube, er endet im Park. Uh! Opa, können wir in den Park gehen? Wir glauben, dass der Regenbogen im Park endet. Na, dann gehen wir in den Park. Aber wir müssen uns beeilen. Ein Regenbogen verschwindet schnell wieder. Hm? Hier lang! Nein! Seht mal! Er ist in Mr. Zoys Laden. Wir haben es etwas eilig. Na, sucht ihr vielleicht irgendwas? Ähm, ja, einen Regenbogen. Einen Regenbogen? So was führe ich im Moment aber leider nicht. Also zu dieser Jahreszeit wird ganz selten mal nach einem Regenbogen gefragt. Nein, wir haben einen Regenbogen gesehen. Und jetzt wollen wir das Ende des Regenbogens finden. Aha, ich verstehe. Also hier ist nichts. Und hier auch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da drüben das Ende ist. Ah! Genau. Also da drüben. Im Park. Ich hab gleich gesagt, dass es im Park ist. Ja, ja, du bist wie immer die Klügste. Wer zu langsam ist, verpasst das Ende. Bis bald! Wiedersehen, Mr. Zoey. Wir sehen uns dann später. Und vielen Dank noch für den Tipp. Oh! Ähm, entschuldigen Sie bitte vielmals. Opa! Hör schon auf zu trödeln. Wir verpassen noch den Regenbogen. Oh ja, ja, genau. Da hast du völlig recht. Schaut nach rechts. Dann nach links. Und nochmal nach rechts. Und Ohren aufhalten. Da! Ich hab's! Und dann hinter den Schaukeln. Das war's! Ich hab's! Oh! 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 Warum geht der denn immer weg? Und jetzt verschwindet der Gans. Opa? Der Regenbogen ist verschwunden, Opa. Ja, ich weiß. Und das tut mir auch leid, Theo. Aber ein Regenbogen verschwindet schnell wieder. Aber ich dachte, dass wir einen Topf Gold finden würden. Nun, vielleicht finden wir ihn ja auch an einem anderen Tag. So, und jetzt könnten wir doch heimgehen und ein bisschen weitermalen. Ja, genau. Wir malen einen Regenbogen. Ja, eine super Idee, Elsie. Gut, legen wir los. Das wird ein riesiger, ja, ein gigantomanischer Regenbogen. Welche Farbe kommt ganz nach oben? Rot. Und dann Orange, okay? Ist gut. Und dann kommt Gelb. Genau, Pock. Und dann kommt Grün. Ich bin gleich wieder da und sehe mir an, ob ihr auch vorankommt. Hast du den Schatz vorbereitet? Sicher. Und zwar einen ganz köstlichen Schatz. Dankeschön. Theo! Hey! Ich bin fertig. Wie findest du denn unseren Regenbogen, Pop? Oh, also das ist aber wirklich ein ganz toller Regenbogen. Wir sollten ihn irgendwo aufhängen, damit ihn auch jeder sehen kann. Ja, an die Wand. Naja, also im Haus sieht man aber nicht so oft einen Regenbogen, oder? Und wie wärs im Garten? Ja, am Gartenzaun. Mhm. Aha, und hier haben wir auch schon einen perfekten Platz. Ja, eine super Idee. Jetzt ein bisschen mehr nach links. Ja, und ein bisschen höher. Ja, ja, so ist es genau richtig. So, das hätten wir. Was ist denn da los? Ich glaube, Puck steckt dahinter. Hm. Schade, dass das kein echter Regenbogen ist. Denn wenn der echt wäre, dann würden wir einen Topf Gold bekommen. Naja, zumindest behaupten das die Leute. Und wenn das ein echter Regenbogen wäre, dann hätten wir einen Topf mit Gold, der genau hier stehen würde. Also, ich frage mich, ob es bei einem gemalten Regenbogen-Ente wohl auch einen Schatz gibt. Hey, da ist ja irgendetwas unter diesem Topf. Ja! Ein Schatz? Ja, sowas ähnliches. Hier, sieh mal, Schokoladenkekse. Dankeschön. Das ist ja toll. Und die schmecken ja genau wie die von Oma. Die sind köstlich. Aber wie sind die denn dahin gekommen? Oh, also das wird wohl für immer das Geheimnis des Regenbogens bleiben. Ja, genau. Das ist ein großes Geheimnis. Wo ist der Osterhase? Und dann hat der Osterhase überall im Garten ganz viele bunte Eier für die Kinder versteckt. Es waren die schönsten Ostereier, die du je gesehen hast. Toll! Und sie schmeckten absolut köstlich. Ende der Geschichte. Hat dir das gefallen, Theo? Ja, natürlich. Und Vieh-Oma. Das ist aber nett vom Osterhasen. Wann verschenkt er denn immer seine Ostereier? Einmal im Jahr bekommt man etwas vom Osterhasen. Darauf kann man sich verlassen. Aber der muss ja viele Millionen Eier haben. Wo bewahrt der die denn alle auf? Ich nehme an in seinem Bau. Der muss groß sein. Oder er hat vielleicht eine große Werkstatt. So wie dein Opa. Ich würde den Osterhasen furchtbar gern mal kennenlernen. Ich weiß nicht, ob das geht. Er ist sehr scheu, Theo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er leicht zu finden ist. Aber es ist doch gerade Osterzeit. Er muss hier irgendwo in der Nähe sein, Oma. Ja, möglich wäre es schon. Oh Mann, vielleicht kann ich ihn dabei beobachten, wie er Ostereier im Garten versteckt. Auch das wäre möglich. Ich werde jetzt mal versuchen, ihn zu finden. Geh aber nicht zu weit weg. Wo bist du nur Osterhase? Wo bist du nur Osterhase? Wo bist du nur Osterhase? Elsie! Ich will hier den Osterhasen finden. Wow! Und? Hast du ihn gesehen? Nein. Aber ich würde ihn so schrecklich gern einmal sehen. Na dann suchen wir ihn jetzt einfach zusammen. Hier ist er nicht. Schade, also bei uns im Garten ist er jedenfalls nicht. Dann suchen wir ihn mal in unserem Garten. Meine Oma hat gesagt, dass der Osterhase sehr scheu ist. Und das ist ganz schwierig, ihn zu finden. Wie könnten wir ihn dazu bringen, mit uns zu spielen? Wir sollten ihm einfach ein paar Ostereier hinlegen. Er bringt uns doch auch immer Geschenke. Dann können wir ihm doch auch mal was schenken. Eine super Idee! Komm mit! Eins, zwei, drei, und vier, und fünf, sechs Ostereier. Ich glaube, das müsste reichen, Elsie. Los, kommt, Sio. Die verstecken wir jetzt bei uns im Garten. Mmmh. . Untertitelung. BR 2018 Zeo! Ich habe alle versteckt. Gut, und jetzt müssen wir uns verstecken. Hier, vergiss nicht deine Ostereier, zack. Danke, Papa. Ich werde sicher ein paar ganz tolle Orte finden, um sie für Elti und Zeo zu verstecken. Ja, weil du der Assistent vom Osterhasen bist. Ja. Also dann, bis später, zack. Bis später. Frohe Ostern. Wir wünschen Ihnen auch ein frohes Osterfest. Guten Tag, zack. Das sieht hübsch aus. Ich bin der Assistent vom Osterhasen. Und die hier werde ich alle für Elti und Zeo im Garten verstecken, wissen Sie? Sie werden sich sehr freuen. Wo sind denn die beiden? Sie spielen drüben in Elsis Garten. Aber bitte sagen Sie Zeo und Elsie nichts davon. Geheimnis. Er lässt sich einfach nicht blicken. Da! Sieh mal! Da drüben! Der Osterhase! Der Osterhasen! Wow, ist der toll. Ich habe ein Osterei gefunden. Hm. Hey, sieh doch mal. Der Osterhase sammelt unsere Ostereier ein. Los, komm mit, Elsie. Mal sehen, ob er sie auch wirklich alle findet. Da, sieh mal. Sie sind alle weg. Ja, ja, er hat sie wirklich alle mitgenommen. Soll ich das sagen? Also, ich bin der Assistent vom Osterhasen. Hast du den Osterhasen denn gesehen? Nein, leider nicht. Aber sieh doch mal, was ich hier gefunden habe. Die waren hier überall bei euch im Garten versteckt, Elsie. Hm. Ich habe sie alle für euch eingesammelt. Weil ich dachte, dass er sie für euch im Garten versteckt hat. Jetzt hat Zack unsere ganzen Ostereier gefunden. Ja, ja, leider. Was ist? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich, ich wollte euch doch nur helfen. Ich dachte, ihr freut euch. Hm. Nein, nein, alles okay, Zack. Es war sehr nett von dir, unsere Ostereier einzusammeln. Das habe ich sehr gern gemacht, Elsie. Wollen wir nicht was spielen? Wir spielen jetzt Osterhasenfang. Ja. Ich finde, dass du den Osterhasen spielen solltest. Ja. Du hast die richtigen Ohren dafür. Du kriegst mich nicht, Osterhase. Ich habe dich. Und jetzt bist du dran, Elsie. Renn weg, sonst fange ich dich, Theo. Hey, machst du denn gar nicht mit, Theo? Ist ja komisch. Ich finde hier dauernd Ostereier. Das hier hat auf dem Rasen gelegen. Und das andere habe ich im Blumenbeet gefunden. Hey, seht mal, da ist ja noch eins. Oh, los, kommt mit. Wir wollen mal sehen, ob wir noch mehr finden. Hey, hier ist noch eins. Ich habe auch eins gefunden. Ist ja super, der Osterhase war hier. Ja, und die ganze Zeit haben wir bei mir im Garten gesucht. Aber er hat die Eier in eurem Garten versteckt, Theo. Ich würde mal gern wissen, ob der Osterhase auch so große Ohren hat wie ich. Ihr seid verschwitzt. Kommt her und trinkt was. Ja, ihr solltet wirklich was trinken. Kommt her. Ihr könnt auch Obst essen. Au ja, gute Idee. Danke, Opa. Danke, Oma. Mh, köstlich. Wir haben ganz, ganz viele Osterheier im Garten gefunden. Aha. Und wer hat sie da versteckt? Natürlich der Osterhase, Opa. Ach, wirklich? Sie haben ihn nicht gesehen? Nein. Dann ist er aber sehr leise gewesen, als er in unserem Garten war. Aber der Osterhase hat sich die richtige Jahreszeit ausgesucht. Wo er jetzt wohl ist? Ich nehme an, dass er gerade für die anderen Zebra-Kinder Ostereier versteckt. Ich möchte den Osterhasen so furchtbar gern mal sehen. Der Osterhasen hat sehr viel zu tun. Vielleicht kannst du ihn nächstes Jahr sehen. Und nächstes Jahr werde ich mich sicher mit dem Osterhasen anfreunden. Was würdet ihr tun, wenn ihr ihn seht? Ich würde ihm ein Geschenk geben. Also ich würde ihn fragen, ob er mit mir Osterhasenfang spielt. Und Theo? Also ich würde ihn fragen, ähm, wo er denn die vielen hundert Millionen Ostereier aufbewahrt. Der Strandtag Freust du dich schon aufs Meer, Theo? Ja, ich freue mich auf den Strand und auf den Vergnügungspark. Und auch auf das köstliche Eis, stimmt's? Ja! Na, wie ich sehe, hat Theo unseren Ausflug perfekt im Griff. Theo, bist du dir denn sicher, dass du all diese Sachen brauchst? Ja, ja, Mama. Wir brauchen die Sachen, um den ganzen Tag spielen zu können. Das wird ein ganz toller Tag, meine Lieben. Los, gehen wir. Oh, hat sich denn niemand vorher den Wetterbericht angehört? Also wenn es regnet, hat es keinen Zweck, an den Strand zu fahren. Lasst uns schnell wieder reingehen, sonst werden wir noch ganz nass. Aber ich will jetzt nicht wieder reingehen. Nein, ich möchte an den Strand. Hm, ja, ich glaube, du hast recht, Pock. Wir können wohl nicht draußen bleiben. Und was machen wir jetzt? Wir müssen jetzt einfach das Beste aus dem Tag machen. Jeder tut, was er möchte. Da fällt mir ein, dass ich heute noch Staub saugen muss. Und ich reparier den Schrank. Und ich werde die Pflanzen im Haus gießen. Ach, für mich hat der heutige Morgen viel zu aufregend angefangen. Und deswegen werde ich mich ausruhen. Hm. Ich muss Wäsche waschen. Und du kannst deine Strandsachen ruhig wieder wegräumen, Zeo. Aber das macht gar keinen Spaß. Ich glaube, dass man den Tag doch draußen verbringen kann, Pock. Das muss doch möglich sein. Hm, ich weiß was. Mama, Papa, hey, wisst ihr was? Wir können doch alle in den Strand fahren. Aber was sollen wir denn da? Du siehst doch, dass es regnet. Wir steigen einfach ins Auto und fahren und fahren und fahren, bis wir einen Strand finden, an dem es nicht regnet. Aber es regnet doch so heftig, Zeo. Ich glaube nicht, dass wir irgendwo besseres Wetter vorfinden. Was sagt denn der Wettermann dazu? Er weiß es. Hm, dann hören wir uns doch mal den Wetterbericht an. Zum heutigen Wetter kann ich Ihnen nur eins sagen. Regen, Regen und nichts als Regen. So leid es mir tut. Dann wird uns der Regen wohl noch eine Weile erhalten bleiben. Aber vielleicht können wir dafür sorgen, dass wir nicht nass werden. Hm. Wir können uns hier einfach Gummistiefel anziehen. Hm, das geht nicht. Nein, nein. Mit nassen Stiefeln kann ich nicht rausgehen. Da werde ich ja ganz nass. Hm. Und wenn wir den Regen einfach nicht beachten, vielleicht geht er dann schneller wieder weg. Nicht zu fassen, jetzt wird es ja richtig laut. Na, dann solltest du mal nach oben in mein Zimmer kommen. Hm. Diese Ohrenschützer halten den Lärm vielleicht ab. Sehen wir doch mal, ob sie funktionieren. Ja, ja, sie funktionieren. Was, wie bitte? Wie bitte? Wie bitte? Ich habe gesagt, dass sie funktionieren. Ja, ja, aber wenn ich aus dem Fenster sehe, merke ich immer noch, dass es draußen regnet. Wenn wir uns die Augen verbinden, dann merken wir von dem Regen gar nichts mehr. Siehst du, es klappt. Ich kann den Regen weder sehen noch hören. Oh, jetzt kann ich den Regen weder sehen noch hören. Aber woran sollen wir denn merken, wenn der Regen aufgehört hat? Wir können den ganzen Tag hier stehen bleiben. Aber dann dürfen wir uns nicht bewegen, sonst könnten wir uns irgendwo stoßen. Nein, das macht auch keinen Spaß. Hm. Ach, und ich hatte mich doch so auf das Meer gefreut, Pock. Ich wollte eine große Sandburg bauen und ein Picknick machen und Ringe werfen wollte ich. Hm. Hm. Hey, weißt du was? Vielleicht können wir das alles trotzdem machen. Machen wir das einfach hier drin und nicht am Strand. Opa, Opa. Wir könnten doch einfach einen Strandtag hier im Haus machen. Weh, hier im Haus? Ja, ja, genau. Würdest du mir bitte helfen? Wie hast du dir das denn vorgestellt? Hm. Hm. Klappt doch super, Opa. Unser Strand ist fertig. Wir können Ringe werfen. Ja, das sind 10 Punkte für mich. Hurra. Sehr gut gemacht, Opa. Das sind 20 Punkte für dich. Hm, das scheint Spaß zu machen. Darf ich auch mal, Theo? Ja, aber sicher. Wisst ihr, wenn der Boden im Esszimmer der Strand ist, dann kann der Boden im Wohnzimmer doch das Meer sein. Aber wir brauchen auch Wasser. Wie machen wir denn das? Haha, das kannst du mir überlassen. Hm. So, ich bin fertig, Theo. Hier ist es ja wirklich wie am Meer. Und jetzt gehen wir surfen. Mhm. Ja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Ich kann hier mit meinem neuen Eimer zwar leider keine Sandburg bauen, aber ich kann eine Mehlburg bauen. Oh, die Menge Mehl ist perfekt, um einen Kuchen zu backen. Ja, aber wir sollten auch Kekse backen. Oh, ich bin beeindruckt. Ja, du bist heute schon den ganzen Tag so kreativ. Ich hatte einfach keine Lust, dass der Regen es schafft, uns den Tag zu verderben. Tada! Na, was sagt ihr dazu? Was wäre ein Picknick am Strand ohne einen Kuchen in Form einer Burg? Der sieht ja wirklich fantastisch aus. Hat sie das nicht ganz toll gemacht? Ich liege ganz vorn. Der ist wunderbar. Und das erste Stück gehört dem Gewinner dieses Rennens. Ich nehme dich beim Wort. Ist das nicht klasse? Wir haben alle total viel Spaß. Siehst du, jetzt haben wir doch noch einen super tollen Tag. Hallo, Elsie. Tag, Zeo. Jetzt regnet es nicht mehr. Wollen wir draußen spielen? Also, jetzt könnten wir zum Strand fahren und Elsie kann gern mitkommen, wenn sie will. Aber wir haben doch so viel Spaß an unserem Hausstrand. Ich will nicht weg. Zeo, weißt du was? Mir geht's genauso. Und mir auch. Es ist so lustig. Nein, wir wollen heute nicht raus, Elsie. Aber komm du doch einfach mal rein und spiel mit uns an unserem Hausstrand. Und da machen wir ein Picknick und wir können surfen und Ringe werfen. Oh ja, das hört sich sehr lustig an. Du kannst auf dem Bad da surfen, Elsie. Wir sollten öfter mal einen Strandtag im Haus verbringen. Also, ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass man an einem anderen Strand noch mehr Spaß haben kann. Ja. Das hast du sehr gut gemacht. Vorsicht, Elsie. Da kommt eine Monsterwelle. Der riesige Tyrannosaurus Rex jagte den bösen Triceratops hinterher. Ra! 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 Wo gehst du hin, Opa? Pssst! Deine Oma ist so arbeitswütig. Da gehe ich ihr lieber aus dem Weg. Der gewaltige Tyrannosaurus Rex fing auf einmal an zu schreien. Ra! Ach, hallo, Zeo. Hier bist du, mein Junge. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Würdest du mir vielleicht beim Waschen helfen? Was? Beim Waschen? Ja. Heute ist der perfekte Tag zum Wäschetrocknen und darum will ich Laken waschen. Naja, aber es tut mir leid, Oma. Aber Elsie will mich gleich besuchen. Sie wird jede Minute hier sein, weißt du? Aha. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Würdest du mir vielleicht beim Waschen helfen? Oh, tja, weißt du, ich wollte noch... Nein, nein, mein lieber Freund, keine Ausreden. Nun komm schon. Hey, ich bin größer als dein Triceratops. Vor Millionen Jahren war mein Triceratops so groß wie ein Baum und hat Blätter gefressen. Na und, mein Tyrannosaurus Rex war noch viel größer. Er war so groß wie unser Haus, verstehst du? Ein Dinosaurier würde ja noch nicht mal in euren Garten passen. Also sein Kopf wäre hier und sein Schwanz wäre da drüben im Park. Ich wüsste furchtbar gern, wie das ist, so groß wie ein Haus zu sein. Stell dir mal vor, du bist so groß, dass du nicht mal das Ende deines Schwanzes siehst. Weißt du was? Ich habe eine ganz tolle Idee. Wir beide bauen einen großen Dinosaurier. Ja, gleich hier in unserem Garten. Aber wie denn? Wir könnten doch einfach Pappkartons nehmen. Opa hat ganz viele. Ich frage ihn mal, ob er uns hilft. Los, komm, wir bauen Zink. Wer ist denn Zink? Unser riesiger Dinosaurier. Vielen Dank. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, wie ich das ohne dich geschafft hätte. Dankeschön. Nichts zu danken. Zeo, also mit diesen hier könnt ihr anfangen. Aber ich habe noch viel mehr. Hey, ich glaube, ich habe auch noch ein paar Kartons in meinem Zimmer. Ich suche mal bei mir drüben ein bisschen Naschstoff, um Zink abzudecken. Hoppla. Mit den vielen Kartons könnt ihr eine ganze Herde Dinosaurier bauen. Danke, Opa. Ich habe auch noch ein paar Kartons gefunden. Gut. Na dann an die Arbeit. Und um Unfälle zu vermeiden, werde ich an Zinkskopf und Nacken arbeiten. Und du konzentrierst dich auf Rücken und Füße. Oh ja, ist gut, Opa. Hm. Nanu, was soll das denn sein? Das ist das Hinterteil von Zink. Tada! Das hier habe ich gefunden. Ich glaube, wir brauchen viel mehr Stoff, um unsere Dinosaurier abzudecken. Hast du denn nicht vielleicht noch irgendwas in deiner Werkstatt, Opa? Ähm, ja, ja, ich glaube schon. Ja, sehr schön. Das können wir bestimmt sehr gut gebrauchen. Ein bisschen höher, Theo. Nein, ein bisschen tiefer, Opa. So geht das aber nicht. Du hast ja den Kopf von Zink freigelegt. Und du hast gerade sein Hinterteil freigelegt. Sieh mal, ich habe Dinosaurier-Stacheln gebastelt. Das war aber wirklich sehr klug von dir, Elsie. Ein Glück, dass ich dein Kissen gefunden habe, Theo. Und das Laken auch. Sehr schade, dass es nicht ein bisschen größer ist. Mami, sieh mal, da ist ja ein Dinosaurier. Ja, mein Schatz. Mann, ist der groß. Oh ja, und ganz schön gruselig. Nein, der ist nicht gruselig, Opa. Das ist Zink. Unser unglaublich großer Dinosaurier. Theo, Opa, Abendessen. Mama ruft uns. Na dann komm, Theo. Wir dürfen die Familie nicht warten lassen. Darf Elsie zum Abendessen bleiben? Bitte, Opa. Ja, ja, natürlich. Aber du musst erst deine Mutter um Erlaubnis fragen, Elsie. Bis gleich. Renn aber nicht weg, Zink. Wir sind bald wieder da. Wusstet ihr, dass der fleischfressende Tyrannosaurus Rex viel kleiner war als der Brachiosaurus? Und der hat sich nur von Blättern ernährt. Nein, das habe ich nicht gewusst. Also, wenn ich nur Salat essen würde, könnte ich dann vielleicht so groß wie ein Brachiosaurus werden? Nein, nein, ich glaube, so groß würdest du nicht werden, Elsie. Aber Salat ist natürlich auf jeden Fall gesund. Nun hört schon auf, meine Lieben. Es gibt doch heute gar keine Dinosaurier mehr. Und nun esst, sonst wird ja alles kalt. Soll ich euch mal was sagen? Dinosaurier haben vor vielen Millionen Jahren gelebt. Aber nun sind sie alle ausgestorben. Ihr beide seid aber wirklich sehr kluge Zebras. Das Thema ist aber auch echt sehr interessant, Opa. Ja, das finde ich auch. Ach, vielen Dank. Das Essen ist ganz köstlich. Da kann ich nur zustimmen. Vielen Dank. Und nun entschuldigt mich bitte. Ich muss schnell die Wäsche reinholen, bevor es dunkel wird. Ach, wo ist das andere Laken? Ach. Ach, du meine Güte. Ich habe übrigens Neuigkeiten für euch. Die Dinosaurier sind gar nicht ausgestorben. Oh. In unserem Garten steht ein riesiger Dinosaurier. Ihr braucht keine Angst zu haben. Das ist nur Zink. Das ist unser riesiger Dinosaurier. Oh. Der ist ja unglaublich. Wie ist der denn in unseren Garten gekommen? Den haben sie und ich gebaut. Und Opa hat uns geholfen. Eine Frage. Wusstet ihr eigentlich, dass euer Dinosaurier eins meiner besten Laken trägt? Ach, wirklich? Hm. Tja, es lag da auf dem Rasen. Der Wind hat es wahrscheinlich von der Wäscheleine geweht. Oder ich habe es aus Versehen von der Leine gerissen, als ich die vielen Kartons rausgebracht habe. Und es kann auch sein, dass ich drüber gelaufen bin, als mein Kissen runtergefallen ist. Also, es tut mir ja wirklich sehr leid, aber ich muss es wieder haben. Hm. Aber wenn ihr zwei mir helft, das Laken zu waschen, dann verspreche ich euch, dass ich für Ersatz sorgen werde. Soll ich es mal spülen? Ja, leg los. Ich glaube, das ist sauberer, als die Laken, die Papa gewaschen hat. Das sag aber nicht Oma. Sonst müssen wir immer die Laken waschen. Sehr gut gemacht. Das sieht ja aus wie neu. Ich habe was für euch. Nun könnt ihr euren Dinosaurier von Kopf bis Fuß einkleiden. Hm. Ich finde, dass Zink die Blumen sehr gut stehen. Seht mal. Das sieht ja aus, als wenn Zink auf einmal laufen könnte. Vielleicht will er ins Haus gehen, um bei euch zu übernachten. Also ich würde an seiner Stelle lieber draußen bleiben. Aber es wäre doch echt super lustig, wenn er bei uns übernachten würde. Aber nicht, wenn Oma ihn vorher entdeckt. Wieso denn Opa? Weil Zink dann morgen die Laken waschen müsste. Zeo, der Zauberer. Und los geht's! Abraka Zebra! Äh, Zeo? Was soll da Quatsch? Hä? Ach so. Na, ich übe. Was übst du denn? Ich bin gestern mit Mama und Papa in einer Zaubershow gewesen. Ach, und wie war das? Wir waren beim mächtigen Mysterioso. Das war echt toll. Er hat ein Kaninchen aus einem Hut gezaubert. Und er ist sogar durch eine super dicke Wand gegangen. Dann hat er eine Frau in einem Schrank versteckt. Und auf einmal war sie weg. Hm. Das war gestern. Bis später. Ja, bis später, Zeo. Da bin ich wieder. Abraka Zebra! Ich freue mich, dass du wieder da bist. Aber was soll denn Abraka Zebra bedeuten? Das ist mein Spezialzauberwort, weißt du? Ich hab nämlich gerade versucht, dich einfach verschwinden zu lassen. Aber zum Glück hat das nicht funktioniert. Soll ich dir mal was sagen? Ich hab heute auch ein bisschen gezaubert. Ach, wirklich? Mhm. In der Küche. Oh, da bist du ja. Hallo, mein Junge. Hallo, Zeo. Hallo, Opa. Hallo, Oma. Mama hat gesagt, dass sie gezaubert hat. Und Achtung. Abraka Zebra. Oh, toll. Schokoladenkekse. Die esse ich am liebsten. Danke, Mama. Das sind auch deine Lieblingskekse. Hab ich recht, Pock? Aber Vorsicht mit den Keksen, sonst hast du keinen Platz mehr fürs Abendessen. Weißt du, Kekse zu backen ist keine richtige Zauberei. Ich werde jedenfalls was anderes zaubern, wenn ich mal groß bin. Ich glaube, du irrst dich. Diese Kekse sind verzaubert. Wenn du einmal davon abbeißt, kannst du bestimmt gleich sehr viel besser zaubern. Also, ich stelle mich jetzt mal hinter diese Tür und du sagst dein Zauberwort. Ach so, und dann musst du noch dreimal deinen Zauberstab schwenken. Abraka Zebra. Eins, zwei, drei. Hä? Opa ist verschwunden. Boah. Opa. Siehst du, na was habe ich dir gesagt? Zauberei. Aber das war doch gar keine Zauberei. Oh, doch das war's. Es ist schon Zauberei, wenn du in Opas Alter noch so rennen kannst. Nein, Pop, nicht. Willst du, dass Mama sauer wird? Also, wenn ich ein großer Zauberer werden will, dann brauche ich auch Zaubersachen. Aber ich habe doch gar keine. Aha. Also, ich glaube, dass ich dir da helfen kann. Ja? Ach, ein Zauberkasten. Ja, ich glaube, dass ich noch einen auf Lager habe, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn ich mal ganz scharf nachdenke, dann fällt mir ein, dass er genau hier ist. Wow. Vielen, vielen Dank, Mr. Zoe. Nichts zu danken, mein Junge. Danke, Opa. Das war sehr gut. Abraka-Zebra. Du bist richtig clever. Abraka-Zebra. Das ist so ein ganz toller Zauberkasten, Opa. Aber ich brauche so einen richtig guten Trick. Wie den vom mächtigen Mysterioso. Ich verstehe. Ich glaube, es hat dich sehr beeindruckt, wie er seine Assistentin hat verschwinden lassen. Vielleicht, ähm, hm. Ja, da hätte ich was für dich. Und das ist genau das, was du brauchst. Na los, komm mit. Hier, bitte. Also, mit dieser Zauberkiste hast du die Möglichkeit, deinen Assistenten Pock verschwinden zu lassen. Echt? Und wie funktioniert das, Opa? Das ist ganz einfach. Sieh mal. Du machst die Tür hier auf und lässt deinen Assistenten rein. Hab keine Angst, Pock. An der Hinterwand befindet sich noch eine Tür, durch die du verschwinden kannst, bevor CO-Abraka-Zebra sackt und die andere Tür wieder aufmacht. Jetzt müssen wir den Kasten nur noch anmalen, damit er für die Show heute Abend gut aussieht. Hm? Ich freue mich schon auf die Vorstellung. Ach, es gibt doch wirklich nichts Schöneres als ein bisschen Sauberei. Außer Makronen. Ach ja, ich bin verrückt nach Makronen, weißt du? Und dazu ein... Die Show fängt doch gleich an. Meine Damen und Herren, heute präsentiere ich Ihnen den großartigen Zeoprindo. Oh. Herrlich. Abraka-Zebra! Oh. Mein Herr, das hier ist Ihre Zeitung, oder? Das stimmt doch, habe ich recht? Ja, das ist meine. Aber ich habe doch die Sportseite noch nicht gelesen. Das ist kein Problem. Abraka-Zebra! Tada! Hier in einem Stück. Aha, aha, aha. Der erste FC Schwarz-Weiß hat wohl den Sieg davon getragen. Für meinen nächsten Trick, meine Damen und Herren, benötige ich die Hilfe von meinem Assistenten. Abraka-Zebra! Wie hat er das nur gemacht? Was meinst du, ob er auch Makronen herbeizaubern kann? Und nun, meine Damen und Herren, bitte ich um Ihre Aufmerksamkeit für den absolut raffiniertesten Trick der großartigen Zeoprendo-Show. Ich verrate nur eins. Vor Ihren Augen wird mein Assistent einfach verschwinden. Ich bitte um Ruhe, da dieser Trick absolute Konzentration verlangt. Eins, zwei, drei. Abraka-Zebra! Nein! Danke schön, danke schön. Auf Dauer werde ich nicht ohne meinen Assistenten auskommen. Und darum zauber ich ihn wieder her. Abraka-Zebra! Tada! Oh! Oh! Abraka-Zebra! Pock! Oh! Abraka-Zebra! Pock! Wo ist er denn auf einmal, Zeo? Ich weiß es nicht. Wisst ihr, er sollte hier durchgehen. Das ist eine Geheimtür. Und dann hätte er sich unter diesem Tisch verstecken müssen, bis ich ihn hervorgeholt hätte. Na, das ist ja raffiniert. Ja, aber... Aber nun ist er verschwunden. So richtig in echt verschwunden. Vielleicht bin ich ja wirklich ein Zauberer. Pock? Pock! Wo bist du? Ist die Show denn jetzt vorbei? Wollen wir eine Kleinigkeit essen, während wir auf Pock warten? Pock! Wo bist du? Hm. Also, wo kann er denn nur sein? Zeo! Pock! Was soll das? Ich meine... Naja, also ich würde sagen, Pock hatte einfach Lust, ganz schnell mal in die Küche zu fliegen. Weil ihm eingefallen ist, dass sich ja hier noch ein paar Kekse befinden. Na, Pock, ich hab doch recht, oder? Also, dann bin ich ja überhaupt kein richtiger Zauberer. Da bin ich aber wirklich erleichtert. Denn ich wäre furchtbar traurig gewesen, wenn du für immer verschwunden wärst. Und mir hätte es wirklich kein bisschen gefallen, wenn alle Kekse verschwunden wären. Ja, das hätte mich auch geärgert. Das war wirklich eine wundervolle Zaubervorstellung. Sie war... Zauberhaft? Ja, zauberhaft. Hier, Opa. Sieh dir mal mein Bild an. Oh, das sieht ja toll aus. Äh, und Elsie, hast du auch was gemalt? Ja, einen Tiger. Der sieht ja ganz schön gefährlich aus. Hm? Wo kam dieser Lärm her? Der kam aus dem Park, Zeo. Na, wollen wir mal nachsehen? Hm. Was steht da? Es gibt einen Kunstwettbewerb. Da drüben sind ganz viele Leute. Vielleicht sind die ja wegen des Wettbewerbs hier. Erkunden wir das doch mal. Meine Damen und Herren, zur Feier des 100. Geburtstages unseres wunderschönen Parks veranstalten wir den Kunst-im-Park-Wettbewerb. Jeder Künstler soll den Park von seiner schönsten Seite zeigen. Und das beste Kunstwerk wird im Rathaus ausgestellt, damit es von allen bewundert werden kann. Oh, toll. Ich male doch so gern. Also, ich werde mich für den Wettbewerb anmelden. Ich werde mich auch anmelden. Ich möchte, dass mein Bild im Rathaus hängt. Mama! Mama! Oh, guten Tag, Tante Zelda. Guten Tag, Zeo. Mama, sieh mal, das habe ich in der Schule gemalt. Das ist ja wirklich wunderschön. Und es hat so herrliche Farben. Zenia hat übrigens auch ein sehr ausgeprägtes Händchen für Farben. Sie ist die Beste im Kunstunterricht. Nicht wahr, mein Liebling? Mhm. Im Park wird ein Kunstwettbewerb veranstaltet. Und da möchte ich gern mitmachen. Das beste Kunstwerk kommt ins Rathaus. Was, ein Wettbewerb? Also, da mache ich auch mit. Mein Bild soll im Rathaus hängen. Mami, können wir bitte, bitte gleich gehen? Ich will mit meinem Bild anfangen. Ja, aber sicher, mein Liebling. Ja, wir gehen, denn es ist ja von Vorteil, wenn du einen Vorsprung vor den sogenannten Künstlern hast. Es werden bestimmt sehr viele an dem Wettbewerb teilnehmen, Zeo. Hast du denn schon irgendeine Idee, was du machen willst? Nein, ich muss noch nachdenken. Ähm, hm. Also, ein Bild aus Ölfarben wäre toll. Findest du nicht auch, Puck? Ah, hallo, mein kleiner Zeo. Na, was kann ich denn für dich tun? Also, ich brauche unbedingt ganz viele bunte Farben, Mr. Zoe. Such dir welche aus. Willst du etwas Besonderes malen? Ja. Ich will ein Bild für den Kunst- und Parkwettbewerb malen. Und ich muss unbedingt, unbedingt, unbedingt gewinnen. Was ist ein Wettbewerb für die Stadt? Oh ja. Da will ich auch mitmachen. Hm? Ich will einen Preis gewinnen. Oh. Ja, der gute Zack liebt Wettbewerbe. Oh Mann, jeder will an dem Wettbewerb teilnehmen, Puck. Und wenn ich gewinnen will, dann ist klar, dass ich das beste Bild der ganzen Welt malen muss. Hm. Hallo, Zeo. Zehn, ja. Ach, du magst den Brunnen? Den hab ich auch gemalt. Damit bin ich auch schon fertig. Aber ich hab's einfach nicht geschafft, die Schmeckerlinge zu malen. Die wollten alle nicht stillhalten. Hm. Ach, ist das nicht einfach großartig? Ich hab euch ja gesagt, dass sie die Beste in ihrer Klasse ist. Ich kann doch nicht das gleiche Bild malen wie Zenia. Ich muss mir was anderes einfallen lassen. Aber du kannst doch einfach etwas anderes malen, Zeo. Nein. Viele Leute werden ein Bild malen. Und wenn ich den Wettbewerb wirklich gewinnen will, dann muss ich irgendwas anderes machen. Ich weiß auch was. Ich werd lieber nicht ein Bild malen. Ich mach eine Skulptur. Sowas hab ich schon mal in der Schule gemacht. Und die wird super aussehen. Hallo, Zeo. Hallo, Zack. Also, Zack hat sich ja mit seiner Skulptur ganz schön ins Zeug gelegt. Ist doch gelungen, oder? Ähm, ja, die ist sehr gut. Oh nein. Und was ist mit dir? Was machst du Schönes für den Wettbewerb? Ähm, das weiß ich noch nicht so richtig. So, lass uns gehen, Zack. Na komm, Zeo hat bestimmt noch alle Hufe voll zu tun. Also, wenn Zenia ein Bild gemalt und Zack eine Skulptur gemacht hat, was soll ich denn da noch machen? Ich glaube, ich muss auf irgendetwas Originelles kommen. Hm. Was ist das, Opa? Längst vergessene Scherben von zerbrochenen Töpfen. Die sind wahrscheinlich schon seit Jahren in der Erde vergraben. Hm. Und es sind ja ganz schön viele. Sieht aus wie ein römisches Mosaik unter der Erde. Dass wir so was Wertvolles besitzen, kann ich mir leider nicht vorstellen. Ein Mosaik. Das ist es. In der Schule haben wir mal die Römer durchgenommen. Die haben Mosaikbilder aus kleinen bunten Fliesen gemacht. Und ich hab noch so viele kleine bunte Sticker. Hm. Hallo, Zeo. Hm. Hallo, Elsie. Sieh mal, mein Kunstwerk ist fertig. Das ist ein Mosaik. Genau wie das von den Römern. Du weißt schon. Hm. Das ist sehr gut geworden, Elsie. Es sind nur keine Schmetterlinge drauf. Weil die immer weggeflogen sind, wenn ich näher ran wollte. Ist denn dein Kunstwerk auch fertig? Nein. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Dann musst du dich aber beeilen. Der Wettbewerb ist doch schon morgen. Also bis dann. Ja. Ja, also bis dann. Aber es muss doch irgendeine Kunst geben, die einzigartig ist. Hm. Hm. Theo. Alle wollen sehen, was du morgen bei dem Wettbewerb einreichst, mein Junge. Ich hab aber gar nichts, das ich einreichen kann. Nur diese halbfertigen Sachen hier. Ich hab keinen Schimmer, was für ein Kunstwerk ich machen soll. Hm. Weißt du was? Du setzt all diese Sachen hier einfach zusammen. Und dann machst du eine Collage daraus. Aber sieht das nicht furchtbar aus? Jetzt versuch's ruhig mal. Du bist doch Künstler. Hm. 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 Ja! Aha! Komm schon, Theo. Nun zeig doch mal. Tada! Tada! Hm? Na, wie findet ihr das? Soll das eine außerirdische Landschaft sein? Ja. Die Bäume sehen aus wie aus dem Weltraum. Hm. Also, ich finde es großartig. Es ist genau das, was es sein soll. Kunst. Von all dem, was es im Park gibt, inspiriert. Genau. Ja, das hast du sehr gut gemacht. Ich heiße Sie zu unserem Kunst- und Park-Wettbewerb willkommen. Und ich kann dir vorstellen, dass Sie sich erstmal bei den jungen Teilnehmern bedanken wollen, bevor wir gleich unseren Sieger bekannt geben, dessen Kunstwerk im Rathaus ausgestellt wird, meine Damen und Herren. Aber das ist doch keine Kunst. Da jetzt alle Teilnehmer eingetroffen sind, kommen wir zur Auswahl des Kunstwerks, das ausgestellt werden soll. Hm. Das ist aber wirklich toll, Theo. Dankeschön, Elsie. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt der Moment, auf den Sie alle gewartet haben. Jetzt werden wir gleich erfahren, wer gewonnen hat. Der dritte Preis des Kunst- und Park-Wettbewerbs geht an... Zack! Oh, juhu! Ja! Und den zweiten Preis erhält Elsie! Hey, ich hab den zweiten Preis bekommen! Und der Gewinner des ersten Preises, dessen Kunstwerk ausgestellt wird, damit es sich alle ansehen können, ist... Xenia! Ich bin die Beste! Ich bin die Beste! Ich bin die Beste! Alles in Ordnung, Theo? Ja, ja, Opa! Ich hab nicht geglaubt, dass ich gewinne. Und das spielt auch keine Rolle, denn ich mag meine Collage. Ja, und da bist du nicht der Einzige. Hm. Hm. Also das ist aber wirklich sehr hübsch. Hey, seht euch das mal an, die Schmetterlinge fliegen gar nicht weg. Und zwar, weil sie dein Kunstwerk mögen. Theo! Der Parkwächter möchte dein Kunstwerk sehr gern behalten. Hm. So können die Schmetterlinge es genießen. Und alle können die Schmetterlinge genießen, wenn sie in den Park geflattert kommen. Und wir können die Schmetterlinge ganz oft malen, wenn wir wollen. Ist das nicht super? Und meine Collage wird dann auch von ganz vielen Leuten gesehen. Das ist ja noch viel besser, als im Rathaus ausgestellt zu werden. Ja, genau! Supertoll! Das ist ja noch viel besser, als im Rathaus ausgestellt zu werden. Das ist ja noch viel besser, als im Rathaus ausgestellt zu werden. Das ist ja noch viel besser, als im Rathaus ausgestellt zu werden. Bis zum nächsten Mal. Das ist ja noch viel besser.